So, da sind wir schon wieder zurück. Ah, Hunde-Runde beendet und ich kann nur sagen, es ist sehr, sehr warm draußen. So, ich hab das Handy auch jetzt mal extra in eine Ladestation gepackt, damit mir jetzt auch keiner mehr auf den Sack geht, ne? Wie komm ich denn jetzt am besten da hoch, sage mal? Ah, ja. Ich habe das Gefühl, dass das hier viel von Bugs abhängig ist. Also was heißt Bugs, ne? Das wird wohl schon so richtig sein. Ähm, aber du hast es ja selber jetzt gerade gesehen. So, der ist tot, alles klar. Ich war mir kurz nicht sicher, ob da jetzt einer steht oder, ne? Oder nicht. Haben wir hier oben irgendwas? Ne, ne? Doch. Da kommen wir aber nicht hoch. Haben wir das vielleicht schon gesehen? Waren wir da oben schon? Aha, man weiß es nicht. Okay, L-Kommando-Zentrale. Okay, ich dachte, ich könnte das kaputt schießen. Wir brauchen auf jeden Fall eine grüne Zutrittskarte. Die wir nicht haben. Nope. Mehr können wir auch nicht machen, ne? Ah, guck mal, hier ist ein Schalter. Den habe ich gar nicht gesehen bei den ganzen Schallkreisen hier. Ah, was steht da? We want to was? Kann ich mir das angucken? We want to was? Maybe, maybe, maybe I, maybe all the voices have been, was? Have been heard? Schade, dass das so schön abspielt. Ich würde mir das gerne durchlesen. Schade. Maybe all the voices have been heard? Okay. Naja. Schade. Es ist leider zu schnell für mein kleines mickriges Auge. Weil ich auch so kleine Augen habe, ne? So, schnell weg hier. Alarm. Alarm. Alarm, Alarm. So, schnell weg hier. Okay. Hier waren wir ja jetzt gerade. Jetzt müssten wir theoretisch das wieder füllen. Das kriegen wir hin. Langsam, langsam, langsam. So, einmal. Okay. Aber bitte nicht mit Zeit. Ich hoffe, das ist nicht mit Zeit verbunden. Na, schauen wir mal. So, zack, da hoch. Dann einmal wieder hier den Jumping Jack. Ich dachte eigentlich, wir kehren jetzt das Wasser um. Aber anscheinend nicht. Siehst du? Da. Ja. Hm. Ist klar. Das sind halt so diese kleinen Tricks, die, ne? Im Verborgenen sind. Wo du halt wirklich nicht weißt, ja, kann man damit was anfangen? Dann kann man damit nicht was anfangen. So, okay. Okay, bevor ich das jetzt mache, ne? Wir wissen ja, wir speichern erstmal, schauen uns das erstmal an. Okay. Hallo. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Okay, da können wir theoretisch rüberspringen. Ich schaue erstmal hier hinten. Aber hier können wir nichts machen, ne? Ne. Was denn? Da ist ein Taucher. Da unten ist ein Taucher. Ist der tot? Der Taucher ist tot. Sehr schön. Da ist noch ein Taucher. Ah, mit einer Waffe in der Hand. Sehr schön. So, der Taucher ist auch tot. Okay, ach du Scheiße. Natürlich, wenn die, ne, aus dem Wasser schießen, ist ja nicht so, dass die Kugel dann abprallt. Aber nun gut. Ja, wir müssen hier rüber, ne? Pass auf. Habe ich gerade gespeichert? Ich war, ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Ja. So. Boah, Alter. Nein, nach oben. Den Sprung schaffe ich nie im Leben. Nein. Ich habe es genau gesehen. So. Äh. Ah, okay. So. Dann können wir nämlich, ich speichere dann hier nochmal. Dann können wir nämlich da links dran springen, ne? Das müsste eigentlich funktionieren. Und dann halt wieder so darüber slidend. Zack. Ach du Heilige. Ich meine, falls wir runterfallen sollten, wäre auch nicht schlimm. Aber wir wollen es ja nicht riskieren, ne? Und wer weiß, ob das die einzigen Taucher, da waren die zwei. So, zack. Ja. Das war zu viel des Guten. Eigentlich hätte ich gedacht, man kann, ähm, jetzt einfach den hier machen. Jo. Das funktioniert auch. Nein. Okay. Das machen wir nochmal von vorne. Ja, wie gesagt, man muss ja erstmal immer ein bisschen reinkommen. So, zack. Und dann hier rüber. Oh. Was? Was denn? Hat mich erschrocken. Noch irgendeiner? Ohne Fahrschein? Ne? Alles klar. Sehr schön. Ähm. Ich weiß nicht, ob wir da aus dem Wasser da hoch bekommen wären. Wahrscheinlich. Vielleicht. Man weiß es nicht. So, haben wir hier irgendwas? Ah, die Schrotflinte. Geil. Sehr schön. Moin. Moin. Ciao. Wie der umgefallen ist. So. Aber cool, ne? Wie die aussehen. Warte mal. Oh Gott. Oh Gott, diese Gesichter. Äh, ja. Ich werde davon noch nachts träumen. So, einmal hier rüber. Da hinten haben wir auch wieder einer. Guck mal, wie cool er da steht. So, wir haben bald keine Dings-Munitionen mehr, ne? Ja. Da ist ein Secret, Mist. Äh, speichern. Die Frage ist natürlich jetzt dann theoretisch so. Ja. Ach, willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? So, dann haben wir das Secret auch. Die hatten ja jetzt nichts fallen gelassen, ne? Dann sind wir trotzdem im Wasser. Gut. Aber das bedeutet, wenn das hier das dritte ist, müssen wir jetzt bald das Level durch haben, glaube ich. Ist das nicht immer so ein Indikator dafür? Ich weiß es nicht. So, kommen wir jetzt hier hoch, wäre die Frage. Nee, kommen wir nicht. Aber hier kommen wir auch, kommen wir hier hoch? Nee. Nee, hier kommen wir ja sowieso nicht hoch. Ich wollte eigentlich hier an der Seite hoch. Das müsste ja eigentlich funktionieren. Jo. Auf diesen Dingern hatten wir aber jetzt nichts, ne? Nicht, dass wir... Ja, und wenn es so wäre, dann ist halt Pech. So. Alles Klärchen. Das ist nur eine Lampe da hinten, ne? Hallo, einmal nach oben. Ja, ich glaube, das ist nur eine Lampe. Ich dachte, da wäre jetzt noch was, aber... Es scheint... Ein Hauch von nichts zu sein. Genau, das ist so eine Lampe hier, die an der... Okay. Die einfach so random mal an der Wand hängt. Einfach so random, weißt du? Diese Lampen sind einfach so random platziert worden. Okay, wir sind wieder ganz unten. Dann gehen wir einmal wieder nach oben. Tak, 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 tak. Und bald haben wir die 200 Speicherstände, wa? Juhu! Oder eher... Oh, oh. Aber es ist wirklich so... Ähm... Immer speichern, ne? Immer speichern. Das wird hier schon von Anfang an in die Wiege gelegt. Immer schön speichern. Speichern. So, dann einmal hier rüber. Ich bin gerade mutig, ne? Ich, äh... Ich, äh... Ne? Ich mache es jetzt einfach so. Und den mache ich auch einfach so. So. Dann aber jetzt mal speichern. Wir wollen ja nicht übermütig werden. Der hatte hier nix, ne? Guck mal, wie er da liegt. Was steht da drauf auf der Cap? Ich kann es nicht lesen. Joy? John? Ich glaube, das soll... J... Oh. Vielleicht ist es ein N. John? Ich habe keine Ahnung. I don't know it. Ah, jetzt sind wir hier. Ah. Das? Was denn? Kommen jetzt böse Menschen? Kommen jetzt böse Menschen? Oh, ich muss niesen, glaube ich. Verdammt, ja. Ich muss niesen. Oh. Warte mal. Ich muss mal... Warte mal. Ich muss mal... So. Ich hatte es noch versucht zu verhindern. Uah. Aber hat dann doch nicht so funktioniert. So. Einmal speichern. Eigentlich ist es ja jetzt nur noch zurückspringen, ne? Spring, spring, spring. Zurück, zurück, zurück. Jo. Hier machen wir wieder unseren Trick 17. Zack. Zack. Oh, das weiß ich jetzt nicht, ob ich den von hier... Boah. Ja. Pass auf. Es ist nur eine Frage des Pixels. Deswegen. Einmal nochmal speichern. Dann speichern wir da vorne auch nochmal direkt. Dann brauchen wir uns den Weg gleich hier nicht mehr geben. Den können wir uns dann sparen. So. Einmal hier speichern. Weil ich weiß ja nicht, ob sie hier genug Anlauf bekommt, um dann halt komplett rüber zu springen, weißt du? Das ist ja immer so die... Wow. Da habe ich aber wirklich im letzten Moment... Hast du es noch gesehen? Die wollte gerade runterfallen. Aber es hat funktioniert. Oh. Ich bin ja wirklich... Kein Fan von solchen Pixelsachen. Obwohl, Moment. Wir kommen ja gar nicht... Wir kommen ja hier gar nicht... Wo müssen wir denn jetzt... Äh... Ich springe einfach mal ins Wasser. Weil... Weil... Ja, wo müssen wir denn jetzt lang, sage mal. Das ist ja jetzt gerade so die Frage, ne? Pass auf. Ich mache es mir mal einfach. Zack, zack, zack. Wo waren wir hier? Warte mal, da waren wir hier. Hä? Dann schauen wir mal hier. Aha. Weil das Ding wäre ja natürlich... Wie kommen wir denn jetzt... Also zurück kommen wir ja auf jeden Fall. Nur die Frage ist, wo müssen wir lang? Ne? Das ist so die Frage. Weil ich dachte, vielleicht habe ich hier irgendwas übersehen. Ne. Ja, das ist echt die Frage jetzt, ne? Ja, müssen wir uns nochmal genauer umschauen. Weil im Wasser haben wir jetzt, glaube ich, nichts. Kann ich mir nicht vorstellen. Die Frage wäre halt, ähm, ob wir hier irgendwo was hätten. Wo man hochkommt. Oder so. Ich bin mutig gerade, ne? Ja, ich bin gerade echt mutig. Komm, ich speichere hier nochmal. Macht eigentlich gar keinen Sinn, weil wir ja schon davor... Aber egal. Hm. Ich wüsste jetzt nicht... Wo wir jetzt langen müssen. Also zurück ist wohl keine Option. Weil wir ja wie gesagt da nicht mehr hochkommen. Ne? Das ist ja so ein bisschen das Ding. Oh, da müssen wir doch wirklich... Aber ich... Ne. Hier waren wir ja drauf. Sorry, wenn ich jetzt hier gerade wieder lost in space bin, ne? Aber ich habe gerade keine Ahnung. Ich... Scheiße. Hä? Da oben ist ja auch nischt. Ne, da sind wir ja hochgekommen. Da links von uns war ja das Secret. Ähm, jo. Wo sollen wir denn hier... Wo sollen wir denn hier dann zurück, ist die Frage. Ich mache mal nochmal den hier. Hä? Weil hier ist ja auch nichts, ne? Hier können wir auch nichts schieben. Ne. Uiup, uiup. Hm. Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Alles was ich mache, macht hier jetzt auch gar keinen Sinn. Auch mit dem... Mit dem Laden und Speichern. Und hier hast du nicht gesehen. Das macht alles gar keinen Sinn. Aber ich habe da jetzt auch keinen Schalter irgendwie vergessen, ne? Oder so. Achso, warte mal. Genau. Pass auf, ich mache es mir... Ich... Ja, ja. Es ist gerade viel gespeichert und... Ja, gelade. War das wirklich der 203er? Ich will nochmal kurz gucken, wo wir hier sind. Ah, nee. Das war... Hä? Nee. Siehst du, das... Nein. Oh, eine Stunde 20. Hehehehe. Sorry. Nein. Hä? Spiel laden. Wir speichern Spiel laden. So. Okay, ich habe keine... Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Aber die Frage ist jetzt wirklich... Ich weiß es wirklich nicht. Ich sehe es, glaube ich, nicht. Ich glaube, ich sehe es einfach nicht. Ich bin zu doof dafür. Gleich wird es wieder sein... Ach so. Ne? Aber ich wüsste jetzt echt wirklich nicht, wo wir hier lang müssen. Ich habe... Ich habe keine Ahnung. Was wir ja natürlich jetzt noch nicht geguckt haben... Ich schaue einfach mal. Ist hier drunter, ob wir da irgendwo reinkommen? Aber ich glaube nicht. Ne? Das wäre zu... Äh... Ja. Ich sehe es auch einfach nicht. Hier ist auch nicht irgendwo ein Loch, wo man noch weiter runtertauchen könnte. Ne, ne? Warte mal. Äh... Ja. Gut, wir schauen nun mal kurz, ne? Die Munition würde ich mir gerne sparen. Bin ich echt wirklich zu blöd dafür jetzt gerade? Äh... Das kann nicht wahr sein, oder? Ich hasse sowas. Ne, hier ist nichts. Ich hasse sowas. Wo geht es denn weiter, verdammt? Mann! Ja, jetzt sind wir wieder hier. Haha. Wir freuen uns alle. Ich bin gerade echt ein bisschen... Du merkst das sicherlich. Ein bisschen abgefugte. Ich schaue nochmal hier, ob wir hier uns irgendwo dran hangeln können. Aber das sieht auch alles sehr, sehr schlecht aus. Ich weiß auch nicht... Wir haben hier auch... Hör mir doch auf. Ach, du Scheiße. Das habe ich wirklich nicht gesehen. Ah... Leco mio grande finale. Ach, du Scheiße. Ihr habt das wahrscheinlich schon die ganze Zeit gesehen. Ähm... Ja, ich war wirklich einfach zu doof dafür. Ja, ich könnte in solchen Spielen nie einen Speedrun machen. Weil ich würde es einfach nicht checken. Auch wenn ich es... Ne, schon mal gespielt hätte. Und es wüsste... Eigentlich... Würde ich nie einen Speedrun schaffen. Ah... Stirb! Ah... Habe ich mich erschrocken. Pass auf, ich ziehe mir mal ein Medikit. Ein kleines. Ah, dann schweige ich nochmal. Ah... Dass ich auch immer direkt um die Ecke gekommen war, dann nochmal. Ich habe noch ein kleines und schwaches Herz. Das war nicht hier richtig, ne? Wir mussten schon... Hier ist schon richtig, lang zu gehen. Genau, da war nämlich die Luke. Und hier müsste dann die Karte sein. Genau. Sehr schön. Haben wir es dann doch geschafft? Wie gesagt, ich sehe sowas nicht sofort, ne? Ich sehe sowas echt nicht sofort. So. Jetzt ist natürlich die Frage. Das haben wir jetzt offen. Habe ich da schon wieder einen gehört? Ne. Ähm... Was denn? Hä? Ich bin doch da vor... Ich bin doch da vorhin auch drauf gesprungen. Jetzt hör auf, mich zu verarschen. Ähm... Das Ding ist halt... Nur... Das war jetzt einfach nur für den Dings, ne? Wie wir das jetzt... Okay, da passiert auch nichts mehr. Wie wir das jetzt hier umgekehrt kriegen. Weißt du, wie ich meine? Dass das Wasser jetzt auf der anderen Seite geht. Ähm... Ja, 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 ja. Hatten wir denn sonst noch irgendwo was? Kommen wir hier irgendwo hoch? Weil da runterspringen bringt uns ja erstmal nichts. Da kommen wir auch nicht durch. Das ist ja die andere Seite. Hier haben wir auch nichts. Ähm... Ah, ich hasse das. Jetzt haben wir das eine gelöst. Jetzt stehen wir schon wieder vor dem nächsten. Hier hinten wird auch nichts sein. Ähm... Die Frage ist... Wieso... Konnten wir das da jetzt umkehren? Beziehungsweise warum konnten wir jetzt hier die Tür aufmachen, wenn es uns eigentlich sowieso nichts bringt? Ne, also das hat uns ja jetzt wirklich nichts gebracht, außer dass wir jetzt hier schneller durchkommen. Nope. Ah, warte mal. Ach ja, stimmt. Aha. Ja. Ja, ich... Äh... Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich kann es nicht sagen, was mit mir los ist. Entschuldigung. Aber gut, wir haben es. Sehr schön. Das Gute ist, wir können auch die Harpune... Wir haben vier von acht. Oh. Ah, siehste, das ist wieder so ein Hebel. Wir hätten da wahrscheinlich auch durchgekommen, ne, da am Anfang. Aber da sind wir einfach zu langsam für gewesen. Gehe ich mal von aus. So. Hello. It's me, Lehrer. I'm from the... Achso, das war's schon. Der Bordturm. Okay, dann haben wir es doch. Benötigt ist Zeit. Eine Stunde fünftzwanzig. Ja. Also gut, ich war ja die ganze Zeit, ne. Das Ding ist, der hat jetzt natürlich... Eigentlich sind wir schneller durch. Sag 50 Minuten. Aber weil ich ja noch mit dem Hund unterwegs war und halt noch im Menü, hat er das natürlich drauf gerechnet. Gefundene Secrets sind nur zwei von drei. Ich dachte, wir hätten alle drei. Okay. Habe ich das eine nicht mitgen... Ah, ne, das am Anfang haben wir nicht mitgenommen, ne. Genau, weil wir da nicht wussten. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Na gut, dann würde ich sagen, ne. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Level. Bis dahin. Ciao, ciao mit V. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.